Ich fand immer ein Hüsteln. War das etwa ein Husten oder ein Kratzer im Hals oder irgendetwas, wovon man husten muss? Dann helfen nur noch Fick-Husten-Bonbons. Ich werde gleich den Notfall retten. Du! Was wusten? Du! Was schießt ein Kratzer im Hals? Du! Raus! Fick-Husten-Bonbons! Die würden unschmetten! Fick-Husten-Bonbons! Die würden unschmetten! Halt! Kratzer im Hals muss nicht sein! Nimm Fick-Husten-Bonbons! Fick-Husten-Bonbons! Jetzt den Ehre-Drucker Yves für nur 1,55 Euro.